Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreativstempel. Mein Name ist Birgit und ich bin unabhängige Stampin' Up Demonstratorin. Heute möchte ich mit euch diese schöne Weihnachtskarte basteln und zwar ist das eine Karte, die zum größten Teil embossed worden ist. Also hier mit diesen schönen Tannenbäumen, mit diesen verschneiten Tannenbäumen im Hintergrund und auch der Spruch wurde embossed. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Und das machen wir jetzt gemeinsam. Okay, also was brauchen wir dazu? Ihr braucht als allererstes eine Grundkarte in Vanillepoah. Und zwar hat dieser Farbkarton die Maße 21 cm x 14,85 cm. Also das ganz normale Grundmaß in der Mitte einmal gefalzt bei 10,5 cm. Ihr wisst ja, meine Lieben, ich schreibe euch alles unten in die Infobox, die ganzen Materialien und auch die Maße und das genauso auch auf meinem Blog www.kreativstampel.com. Also ihr müsst nichts mitschreiben oder, ja, aufpassen. Ihr könnt euch ganz gemütlich zurücklehnen und einfach zuschauen und könnt das jederzeit nochmal nachlesen. Also gut, das ist die Grundkarte. Dann braucht ihr ein Stückchen in Marineblau. So, und zwar machen wir heute nur eine Mattung drauf und diese hat die Maße 14 cm x 9,5 cm. So haben wir dann eben einen schönen breiten Rand außenrum. Das braucht ihr einmal. Und dann braucht ihr ein Stückchen Pergamentpapier. Und das habe ich mir zugeschnitten, ein Streifen, der 2,5 cm breit ist. Das reicht vollkommen aus. Okay, gut. Dann braucht ihr noch ein Schleifenband. Und zwar ist das dieses Schleifenband mit Metallkante. Das gibt es einmal in Gold und einmal in Silber. Das kommt eben darauf an, wie ihr jetzt embosst, ob ihr Silber oder Gold embosst. Ich habe mich für Silber entschieden. Und dann habe ich noch eine Kordel genommen. Da könnt ihr auch eine Weiße nehmen von Stampin' Up. Ich habe hier noch einen Rest vom letzten Jahr. Der ist aber jetzt nicht von Stampin' Up. Aber es gab von Stampin' Up auch so eine Kordel mit Silberfaden. Also ihr könnt aber auch Weißen nehmen oder eben Goldenen. Je nachdem, was ihr so habt. Dann braucht ihr noch Embossing-Zubehör. Ihr braucht euer Versamark. Ihr braucht euer Kissen zum Vorbereiten für das Papier. Diesen Embossing-Buddy. Damit das Papier eben nicht so statisch ist, dass das Pulver auch wirklich nur da bleibt, wo das Versamark drauf ist. Ich hatte euch ja schon mal ein Video gedreht. Das schreibe ich euch unten auch noch mal in die Infobox, wo ihr noch mal genau nachschauen könnt, wie das Embossen überhaupt funktioniert. Ja, und dann habe ich mir gemischt, einmal weißes Embossing-Pulver mit dem Glitzer von Stampin' Up. Das ist dieses Diamantene Glitzer, was so in verschiedenen Multicolor-Farben da ist. Dann braucht ihr euer Erhitzungsgerät und ihr braucht noch Cluedots. Okay, dann fangen wir einfach mal an. Und zwar fangen wir mit dem Embossen an. Und ich habe jetzt schon mal drei Bäume davon vorbereitet. Wir brauchen jetzt also nur noch diesen Baum hier links zu machen, weil sonst würde das jetzt zu lange dauern. Wie gesagt, die drei Bäume habe ich schon mal gemacht. Und wir machen jetzt zusammen noch den Baum ganz links. Und zwar nehmt ihr euch wieder eure Stempelunterlage, eure Stempelmatte. Ihr nehmt euch euer Versamark. Dann erst mal diesen Embossing-Buddy und fahrt hier auf der Seite da leicht, ohne Druck drüber, weil da ist ein Pulver drinnen. Und bei dem Marineblau habt ihr sonst das ganze Pulver auf eurem Papier. So, dann braucht ihr aus dem Stempelset Tage wie Weihnachten. Das ist ein ganz tolles, schönes Set. Ich liebe das, weil eben hier dieser schöne Baum drinnen ist. Und da braucht ihr einmal hier links diesen Stiel oder Stamm vom Baum. Dann braucht ihr diesen und ihr braucht diesen Stempel. Den habe ich mir schon auf Stempelblöcke gezogen. Wie gesagt, einmal den Stamm und dann eben noch die zwei Teile vom Baum. Und dann braucht ihr noch das Stempelset Weihnachten daheim. Das ist auch ein wunderschönes Set, weil hier ganz tolle Sachen drin sind und eben auch schöne Sprüche, wie zum Beispiel Genieß den Zauber der Weihnachtszeit. Und den habe ich jetzt auch verwendet. Den braucht ihr also auch noch später. Den habe ich mir auch schon auf einen Stempel aufgezogen. So, dann fangen wir also mal an. Und zwar mit dem Stiel. Den nehmt ihr euch als allererstes. Das ist ja ein sogenanntes Two-Step-Stempelset. Und den taucht ihr jetzt in euer Versamark. Also schaut, dass da überall was drinnen ist. Und dann stempelt ihr euch den ziemlich weit nach links. Aber so, dass eben auch noch die Zweige hinpassen. Und aber weiter nach links, weil ich ja dazwischen noch das Schleifenband dann machen möchte. Hier noch ein bisschen höher, dass ihr das auch seht. Lasst das Versamark kurz ins Papier einziehen. Und dann macht ihr euch den Stempel kurz in der Schrubbkiste sauber. Und dann kommt schon der nächste Stempel. Und zwar als erstes hier dieser größere. Ja, das ist also von den beiden der linke. Der kommt zuerst und dann kommt der nach oben drüber. So, und bei diesen großen Stempeln rate ich immer, nicht den Stempel ins Stempelkissen zu tunken, sondern umgekehrt. Ihr legt den Stempel euch flach hin und geht dann von oben drüber mit dem Versamark drüber. Dann habt ihr das einfach besser unter Kontrolle, dass ihr das besser verteilen könnt. Und jetzt setzt ihr das hier drüber. Und zwar müsst ihr jetzt genau schauen, dass der Stiel in der Mitte ist. Und der untere Teil vom Stiel eben hier mit dem unteren Teil hier vom Stempelkissen abschließt. Und dann setzt ihr das einfach einmal drüber. Lasst das wieder kurz in das Papier einziehen. Wunderbar. Dann habt ihr den ersten Stempel schon. Und jetzt kommt eben, wie gesagt, der zweite noch oben drüber. Das ist dann dieser. Dann macht ihr das wieder genauso. Stempel hinlegen, mit dem Versamark oben drüber gehen. Dass überall was drauf ist. Dann könnt ihr das Versamark auch schon schließen. Und jetzt kommt der auch noch über den anderen Stempel drüber. So, einfach schön andrücken, dass es schön einziehen kann ins Papier. Wunderbar. Sauber machen. So, und jetzt kommen wir zum Embossen. Und zwar habe ich mir hier in dem Döschen eben jetzt gemischt. Einmal das weiße Embossing-Pulver und dann eben noch das Glitzer dazu. So, ich habe mir das hier schön vermischt. Und jetzt nehmt ihr euch euer Blatt und geht da drüber mit dem Pulver, wo ihr eben euer Bäumchen aufgestempelt habt. Schön satt drüber streuen das Ganze, dass ihr auch wirklich überall Pulver drauf habt und dann kräftig nochmal abklopfen das Ganze. Ich hoffe, ihr seht das. Ich bin heute ständig außerhalb der Kamera, das geht ja gar nicht. Und dann könnt ihr euch noch ein kleines Pinselchen nehmen und da, wo ihr seht, es ist ein bisschen was nebendran, ist aber jetzt hier eigentlich fast nichts. Aber ich gehe nochmal kurz drüber, weil ich sehe gerade hier fehlt noch ein bisschen was. So, da immer wirklich gründlich gucken, dass überall auch ausreichend Pulver drauf ist. Okay, dann können wir das wieder zumachen. Also da kann man mit dem Embossing-Pulver echt schön, ja, kreieren und ein bisschen was mischen an Farben und Glitzer und so weiter. Das können wir aber auch nochmal in einem anderen Video machen. So, und jetzt wird das Ganze mit dem Erhitzungsgerät quasi embossed, getrocknet und es wird jetzt mal kurz ein bisschen laut. Gut, ihr müsst also wirklich schauen, dass ihr in dem Fall, weil das ja sehr flächig ist, das Ganze, dass ihr da auch wirklich überall schön mit dem Erhitzungsgerät drüber geht. Das ist also wirklich ganz wichtig. Aber ihr seht es ja schön, wie sich das dann schön weiß glitzernd verfärbt, wenn ihr da drüber geht. Aber da wirklich aufpassen, dass überall das schön getrocknet ist und habt ihr zwischendrin dunkle, matte Flecken. So, das müsst ihr wirklich gut erhitzen, das Ganze. Ich mache das dann auch gerne nochmal von hinten, dass da einfach eben wirklich die Sicherheit besteht, dass man überall das Ganze schön durcherhitzt hat. So, das war es schon. Jetzt ist quasi das Bäumchen schon fertig. Jetzt hat sich meine Unterlage hier schön gewählt. So, so sieht es dann aus. Und jetzt können wir das zur Seite legen und jetzt kommen wir zu unserem Spruch. Wir nehmen uns also das Stückchen Pergamentpapier, nochmal unsere Stempelunterlage, das Versamark, unseren Spruch und wir nehmen uns nochmal den Embassing-Body und gehen hier da nochmal über das Stückchen drüber. Dann tragen wir jetzt wieder unseren Stempel mit dem Versamark auf. Auch wieder schauen, dass ihr überall das Versamark drauf habt auf dem Stempel. Dann abstempeln, wieder kurz einziehen lassen ins Papier und fertig. Und hier bei dem Spruch habe ich mich jetzt für Silber entschieden. Nicht das Weiß, sondern für Silber. Da haben wir ja ein Embossing-Pulver in Silber und das nehmen wir jetzt dazu. Dann machen wir das Ganze ganz genauso wie mit dem anderen Embossing-Pulver. Ihr nehmt euch wieder ein bisschen raus und streut es da drüber, so dass eben auch wirklich überall was drauf ist. Dann wieder ordentlich abklopfen das Ganze. Und dann können wir das auch mit dem Erhitzungsgerät vollenden. So, dann machen wir das wieder genauso. Nicht zu nah dran halten, aber auch nicht zu weit weg. Das kriegt ihr mit der Zeit raus, das Gefühl. Und dann, sobald es richtig schön glänzt, ist es auch fertig. Das geht relativ schnell bei so einem feinen Schriftzug. So, wunderbar. Und hier habe ich es dann so gemacht, dass ich mir jetzt hier auf der rechten Seite das ein bisschen einkürze. Und ich mache mir hier so ein kleines Fähnchen vorne dran. Das kann man mit der Fähnchenstanze auch machen, wenn man die hat. Oder man schneidet es eben per Hand aus. Und so habe ich dann so ein kleines Fähnchen vorne dran. Dann sieht es ein bisschen hübscher aus. Und das kommt ja dann hier unten drauf. Aber als nächstes nehmen wir uns zuerst unser Schleifenband. Das kommt jetzt hier als nächstes drauf. Und zwar messt ihr euch da einfach mal ab, wie viel ihr ungefähr braucht. Schneidet euch das dann hier ab vom Schleifenband. Und die Schleife soll ja weiter hier unten hinkommen. Das heißt also, ihr zieht die Schleife, dass die Schleifen hier unten etwas länger sind. Ja? Dann haltet ihr euch das so hinten hin, dreht es mal kurz rum, nehmt euch kurz den Fast Fuse, merkt euch die Stelle, wo das hinkommt und macht hier einfach zwei kurze, ja, Klebemarker hin und befestigt jetzt das Band von hinten, dann kann das schon nicht mehr verrutschen. Dann dreht ihr es wieder rum und macht euch jetzt hier vorne eure Schleife hin, an die Stelle, wo ihr die wollt. Aber ihr bindet keine Schleife, sondern ihr bindet einfach nur einen Doppelknoten, ne? Hier rausgerutscht. Das geht manchmal ein bisschen knifflig. Da muss man manchmal ein bisschen Geduld haben, was bei mir immer etwas schwierig ist. Ich habe zum Beispiel gestern, das muss ich euch mal kurz erzählen, das ist ja so gar nicht meins, ne? Ich habe gestern so Rosetten gebastelt und habe da so, wie sagt man dazu, das ist so ein, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, auf jeden Fall musste man da so Stoff dazwischen schieben. Das ist aus unserem Set im Herbst-Winter-Katalog, kann man so ein Set kaufen mit Rosetten. Und diese Stoffteilchen musste man so zwischenschieben und das mit Heißkleber da reinmachen. Und das ist so eine Fuselarbeit und so ein Gekleber mit diesem Heißkleber, das war irgendwie so gar nichts für mich. Da muss man immer so ruhig und geduldig sein. Und das ist was, was ich gar nicht so kann. Also gut, das war irgendwie nicht meins. So, jetzt habt ihr den Doppelknoten und schneidet euch hier nur einfach die Ecken ein bisschen kürzer und schrägt die so ein bisschen ein. So, und dann nehmt ihr euch die Kordel und mit der Kordel macht ihr euch ein kleines Schleifchen hin. Entweder mit Weiß oder eben mit einer Silberkordel, wenn ihr habt. Schneidet euch ein Stückchen ab, führt die hier unten durch und macht euch jetzt hier ein Schleifchen drauf. Einfach über den Knoten drüber und dann sieht das ein bisschen festlicher noch aus. Habe ich jetzt wieder ein bisschen zu kurz geschnitten, muss ich jetzt wieder friemeln. So. Ein bisschen nochmal festziehen. Ein bisschen rücken. Dass die Schleife auch schön ist. Dann könnt ihr euch die Enden nochmal ein bisschen einkürzen, wenn ihr das möchtet. So, und dann ist eure Schleife fertig. Und dann nehmt ihr euch ein Kludot und unser Papierlochwerkzeug. Und macht mit dem Kludot hier unten, aber nur am oberen Teil, am unteren noch nicht, euer Schleifenband einfach mal fest, dass das hier nicht mehr verrutscht oder so absteht. Und jetzt nehmt ihr euch euren Spruch zur Hand, den wir vorhin vorbereitet haben. Dreht den kurz um und macht auf die linke Rückseite auch ein Kludot drauf. Hier ganz vorne hin. Und das schiebt ihr jetzt hier vorne unter die Schleife und zwar so, dass es mit dem Schleifenband ziemlich abschließt. Ja, dass man das dann hier von vorne nicht mehr sieht. Und jetzt nehmt ihr euch noch ein Kludot und klebt das Schleifenband oben drüber, also zwischen dem Etikett und der Schleife auch nochmal ein Kludot rein. Ja, dass das hier vorne abgeschlossen ist. Und jetzt habt ihr ja das noch lose und bei dem Pergamentpapier ist es so, da sieht man nahezu jeden Kleber durch. Egal welchen ihr verwendet, man zieht es einfach durch. Und ich mache es dann einfach so. Ich nehme mir ein Kludot, wurstel das ein bisschen so zu einer Wurst zusammen und klebe das jetzt hier vorne direkt unter die Schrift und dann fällt das gar nicht mehr so auf. Schau, dass das noch gerade ist und mach das einfach fest. Also ein bisschen sieht man es immer, das ist halt bei Pergamentpapier so. Aber wenn ihr das so ein bisschen unter die Schrift setzt, die haben wir ja hier auch eine sehr feine filigrane Schrift, dann sieht man das, das sieht einfach aus wie ein Wassertropfen, sage ich jetzt mal. Man sieht es einfach ein bisschen durch, aber ich finde es jetzt nicht schlimm. So, und jetzt ist unsere gestaltete Karte auch schon fertig und kann auf die Grundkarte aufgebracht werden. Das heißt, ihr nehmt euch eure Vanille Pur Grundkarte, falzt die noch einmal durch, geht mit dem Falzbein nochmal drüber und jetzt nehmt ihr euch euren Combo und dann könnt ihr die Karte schon auf eurer Grundkarte aufkleben. schön überall satt Tombo auftragen, auch ein bisschen über das Schleifenband und dann könnt ihr die mittig auf die Karte aufsetzen und schön überall andrücken, dass es auch überall schön festklebt. So, und fertig ist unsere schöne Weihnachtskarte. Die ist eigentlich gar nicht so aufwendig, man denkt immer, oh im Bossen, aber so lange dauert es eigentlich gar nicht. Es geht relativ schnell, wenn man das einmal raus hat, wie das funktioniert und man kann wunderschöne Karten zaubern, finde ich. Ihr könnt auch mal den Hintergrund zum Beispiel mit Chili oder mit Glutrot ausprobieren oder auch mit Fahngrün oder Olivgrün, das sieht auch ganz fantastisch aus oder vielleicht mit Schiefergrau oder mit Ozeanblau, probiert da einfach mal aus, da kann man ganz tolle Sachen machen und gerade auch mit diesem Embossingpulver, probiert das auch mal aus. Ich habe das schon mal mit einem Clearpulver probiert, ich zeige euch das mal kurz und dann einfach nur Glitzer rein und ein kleines bisschen Weiß, das hat mir jetzt nicht ganz so gut gefallen. Ich finde, wenn man die Bäume mit Weiß macht, ist es einfach schöner, hebt es sich besser ab. Vielleicht, wenn man es hier mit einem helleren Hintergrund mal probiert, ja. Aber da könnt ihr selber mal ein bisschen rumprobieren, vielleicht schickt ihr mir, da habe ich einen Frosch im Hals, Entschuldigung, mal ein paar Bilder, was ihr so ausprobiert habt. Also, das würde mich mal ganz brennend interessieren, macht das mal und ich teste auch mal ein bisschen rum und dann poste ich das auch mal auf Facebook oder auf meinem Blog. Also, man kann schöne Sachen machen. Ja, ihr Lieben, das war es dann für heute mit unserem Bastelvideo. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einer ganz kleinen, schicken Geschenkverpackung, die habe ich noch vorbereitet. Und nächste Woche gibt es dann wieder ein Video aus der Reihe Wie geht das? Da habe ich die Stempeltechnik vorbereitet, erzähle ich euch was über die Stempelkissen, wie man die auffüllt. Ich erzähle euch, welche Stempel es gibt und wie man stempelt. Okay, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen hinterlasst oder vielleicht sogar meinen Kanal abonniert. Fragen, Wünsche, wisst ihr ja, könnt ihr alles in der Infobox, Entschuldigung, bei den Kommentaren hinterlassen. Ja, und ansonsten wünsche ich euch eine ganz tolle, kreative Bastelzeit. Bis zum nächsten Mal, eure Birgit. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020